Ja, herzlich willkommen im Videoblog der Münchner Medienrechtskanzlei Kniez und Albrecht. Mein Name ist Bernhard Kniez und heute will ich Ihnen etwas über die Major Crimes berichten. Eine TV-Serie von Warner Brothers, die Sie auf Vox anschauen können, die Sie aber auch im Torrent herunterladen können. Warum Sie das nicht tun sollten, das berichten wir Ihnen in diesem Video. Denn wenn Sie die Major Crimes, eine interessante kriminaltechnische Serie, einfach über den Torrent laden, dann riskieren Sie, dass Sie dabei erwischt werden und zwar durch das technische Spionageunternehmen von Waldorf, die Epochwe GmbH, eine Firma aus Leipzig, die sehr präzise Ermittlungsergebnisse liefert. Insofern lohnt es sich meistens nicht, bei diesen Serien gegenüber Waldorf zu bestreiten, dass das technisch alles gar nicht stimmt, die IP-Adresse nicht stimmt und der ganze Vorgang gar nicht stattgefunden hat. Doch nach unseren Erfahrungen hat es meistens eben doch genauso stattgefunden, wie Waldorf Ihnen das Ganze vorlegt. Waldorf-Former ist ein Profi auf dem Gebiet des Abmahnwesens. Wir haben diese Kanzlei seit über zehn Jahren als Gegner und haben viele tausend Waldorf-Geschädigte gegen die Kanzlei verteidigt. Bei einer Waldorf-Abmahnung muss man sich immer sehr genau überlegen, wie man darauf reagiert, sonst wird man tatsächlich Opfer der Major Crimes und muss doch nicht ganz unerhebliche Beträge bezahlen. Denn für eine Folge der Major Crimes berechnet Waldorf normalerweise 519 Euro. Es geht ein bisschen zu wie bei McDonalds. Die Preise sind dort fix reguliert und für mehrere Folgen wird es dann entsprechend teurer, bis etwa 2.000 Euro, wenn mehrere Folgen betroffen sind. Waldorf ist auch gerne Scheibchenabmahner, das heißt, Sie kriegen, wenn Sie Pech haben, eine Abmahnung nach der anderen. Wie sollte man nun auf so eine Abmahnung von Waldorf-Former reagieren? In einem anderen Video haben wir Ihnen schon einmal dargelegt, warum die erste Reaktion auf eine Waldorf-Former-Abmahnung so wahnsinnig wichtig ist. Und auch hier noch einmal in der Kürze, es ist im Grunde wie bei den Major Crimes, wie bei einem Strafverfahren, die erste Aussage, die Sie gegenüber der Abmahnkanzlei treffen, ist quasi Binden, Sie kommen davon nicht mehr herunter. Eine gute Verteidigung zeichnet sich dadurch aus, dass Sie stringent an einer Linie festhalten und wenn Sie etwa gute Verteidigungspositionen haben, weil vielleicht Kinder getauscht haben, weil Gäste getauscht haben, weil Freunde getauscht haben oder weil es ein Fall von Airbnb gewesen ist, ja, dann sollten Sie das mit uns besprechen, nachdem Sie sich überlegt haben, wer denn für einen solchen Tausch von Major Crimes in Frage kommen könnte. Und natürlich sollten Sie nicht den Fehler begehen, die von Waldorf geforderten Summen einfach kommentarlos zu überweisen und auch nicht den Fehler begehen, die von Waldorf geforderte Unterlassungserklärung einfach so zu unterschreiben, denn damit würden Sie ein Schuldeingeständnis abgeben. Sie bekennen sich somit eines Major Crimes schuldig und das wollen Sie doch nicht. Insofern, die bessere Variante wäre deutlich. Rufen Sie doch einfach uns an und besprechen Sie in dem Fall mit uns, was wir in dieser Sache für Sie tun könnten. Wir bieten dazu eine kostenlose telefonische Erstberatung an.